Du hast nur Fotos geschossen, der muss ständig blinken. Blinkt er? Macht er doch. Kraut ist doof. Gleich knackt. Ach ihm die 200er Marke. Nicht mit den kleinen Pröpsen, das sind jetzt Pröpse für Fahrzeit. Pumpe. Pumpe hat eingesetzt. Super. Pumpe. 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 Du musst auf einer Stelle stehen bleiben, die man immer beschwenkt hat. Es ist schon ganz schön dunkel, ne? Ja, was? Wir wollen da mal ganz kurz ran, das waren jetzt anderthalb Minuten. Kraut, 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 da muss man ganz vorbei. Mit den Wasserpumpen kommt er doch auch voran, oder? Ein bisschen schon. Ja, da müssten sie nach hinten drücken. Dann müsste der Strahl nach hinten gehen. Dann könnte er ein bisschen Rückstau machen, Rückstoß. Und dann würde er die Rettungskreuzer ankommen. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mücken, viele Mücken jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sechs Minuten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020